So, hier eine Neubausiedlung, aus der nichts wurde. Aber ein toller Ausblick. Die findet man noch. Oh, look at this. Where is that? The roof, though? I think it was a roof over the patio. Oh, my God. I think I'm back with my wide angle. Oh, my God. 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 So sieht dann so ein Dach aus. Wenn es nicht die Löcher, einfach auch als Konstruktion. Und man meint, es wäre gegossen, Beton oder Stein. Nee, gar nichts. Da hinten ist wieder der Kamin. Vorsichtig gehen. Man weiß ja nicht, was da drunter ist. Und hier wieder Ausblick zum Nachbarn. Und hier wieder Ausblick zum Nachbarn. Hier scheint die Garage zu sein. Und hier hinten die große Garage zu sein. Was ist denn losgewinnen? Netter Baum vor der Tür. Hier steht noch ein Leider. Hier steht noch ein Leider. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.